So ein Grund, warum Downscaling so einen Qualitätsvorteil bietet, zum Beispiel auch, wenn wir mit einem Handy in 4K filmen und das auf einem Full HD Monitor abspielen, dass es vielleicht sogar wesentlich besser aussieht, als wenn ich jetzt mit einer DSLR in Full HD aufnehme und das auf dem Full HD Monitor abspiele. Das hat folgenden Grund hauptsächlich, und zwar das Thema Farbunterabtastung. Wer weiß, was Farbunterabtastung ist? Machen die Hand hoch. Okay, das sind wenig. Gut, interessant. Also Farbunterabtastung, auch Chroma Substambling genannt, ist ein Weg, um ein Bild zu komprimieren, also um ein Video zu komprimieren. Und zwar hat man sich überlegt, woraus besteht ein Video oder ein Einzelframe. Nehmen wir jetzt mal an, das ist ein Einzelframe, das habe ich in der Karibik aufgenommen, Sonnenaufgang, wunderschöne Stimmung. Und was macht dieses Bild aus? Helligkeitsinformationen und Farbinformationen. Wir beschränken uns jetzt auf diese zwei Werte. Die Farbinformationen könnte man auch unterteilen in Farbton und Farbsättigung. Wir belassen es jetzt bei Farbe und Helligkeit. Was passiert, wenn ich die Helligkeit aus dem Bild rausnehme? Und nur die Farbsättigung und Farbunterung übrig bleibt. Richtig, das Bild wird schwarz. Wir haben keine Helligkeitsinformationen mehr, wir sehen nichts. Was passiert aber, wenn ich die Helligkeitsinformationen beibehalte, aber die Farbinformationen wegnehme? Logisch, wir kriegen ein Schwarz-Weiß-Bild. Was sehen wir auf dem Schwarz-Weiß-Bild? Eigentlich alles. Also wir können alle Texturen erkennen, wir können alles erkennen, dass Wolken da sind, dass wir Strand haben, Baum, Meer, Palmen und so weiter. Und unser Gehirn assoziiert auch schon automatisch Farben damit. Wir wissen, dass der Himmel jetzt nicht irgendwie grün ist oder so. Wir wissen, dass die Palmen nicht rot-grün blinken. Also wir wissen schon, wie das aussieht, einfach aus unserer Warmenung heraus. Und deswegen sind die Helligkeitsinformationen absolut die wichtigsten, die wir in einem Bild haben oder in einem Film haben. Also wie kann man jetzt sparen, wenn man komprimieren möchte, dass wir weniger Speicherplatz benötigen, um zum Beispiel auf unsere Karten zu schreiben, damit es überhaupt möglich ist, man nimmt Farb-Unabtastung, also Chrome-Rust-Upsampling. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, 4.2.0. Das ist eine Angabe, die ihr in so Specklisten ganz gern mal seht, dass eine Kamera beispielsweise 4K, 8-Bit, 4.2.0 aufzeichnen kann. Und viele fragen sich dann, was bedeutet das überhaupt? Es hat folgenden Hintergrund, die 4 gibt die Länge dieser Zeile hier an. Das ist eigentlich immer der Maßstab, in 4 wird gerechnet. Und die zweiten Zeilen geben die Farbinformationen innerhalb dieser Zeile an. Also nehmen wir uns jetzt mal von diesem Bild eben ganz oben links 8 Pixel raus. Also zweimal vier Zeilen, dann hat in der ersten Zeile bei 4.2.0 hat diese Zeile hier zwei Farbinformationen und bei 0 hat diese Zeile keine Farbinformationen. Das heißt also, wir haben hier eine Farbinformation und hier eine Farbinformation und alle anderen Pixel kopieren sich die Farbinformationen von diesem Pixel her. Das gleiche gilt hier. Also wir haben drei Pixel, die sich von diesem Pixel die Farbinformationen herüber kopieren. Alle Pixel haben Helligkeitsinformationen. Also jedes einzelne Pixel hat einen individuellen Helligkeitswert, aber die Farbe kopieren sie sich eben von diesem Pixel her. Und warum ist das so ein kritisches Thema? Wenn ihr zum Beispiel in einem Greenscreen filmt und ihr habt hinten dran eben diese grüne Wand, die schön angeleuchtet ist und ihr filmt eine Person ab, die gerade irgendwas vorträgt beispielsweise. Und ihr habt hinten dran das Grün und hier ist die Hautfarbe. Was passiert ist also, wenn das Grün hier auf diesem Pixel liegt und da liegt die Hautfarbe? Das Grün kopiert sich auf die Haut rüber für diesen Pixel, weil diese Pixel kopieren sich den Farbwert daraus. Dementsprechend habe ich hier so einen komischen Saum, der ganz eklig aussieht. Der ist nicht schön. Wenn ihr also im Greenscreen filmt, solltet ihr auf keinen Fall eine andere Kamera verwenden, die in dieser Farbunterbetastung filmt. Was gibt es noch für Farbunterbetastungswerte? 422, das bedeutet im Prinzip, dass wir hier zwei Farbinformationen auf die Zeile haben, zwei Farbinformationen auf dieser Zeile. Somit ist das Ganze ein bisschen besser, sodass eben nur noch zwei Pixel pro Zeile sich die Farbe kopieren vom anderen Pixel. Und der optimale Fall ist eben 444, dass jedes einzelne Pixel Farbinformationen enthält. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017